servus angelfreunde heute nehme ich euch mal mit zum kapfen angeln am ende des videos zeige ich mein futter und meine montagen und dann wünsche ich euch noch viel spaß beim restlichen video betre heil bleibt geil bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal. Servus, so wie versprochen zeige ich euch jetzt meine Montage und meine Köder. Ich habe hier auf den Katzenruten eine Fixbleib-Montage mit einem ganz normalen Katzenhacken und auf der zweiten Rute habe ich einen Method-Fiederkorb, ca. 85 Gramm. Ich habe am Vortag angefüttert mit einem Kübel Mais und Partikelfutter. Wir waren jetzt drei Tage angeln und haben einiges gefangen. Untertags haben wir mit Fiedern geangelt, haben ein bisschen Futter rausgebracht und am Abend nur mit Boilies und Fixbleib-Montagen. Als Föder hatte ich die Danube Boilies. Das sind Mais-Boilies mit einem Nuss-Liquid drinnen. Die sind sehr gut gelaufen, man sieht es. Es sind fast keine mehr übrig. Und als Method-Fieder-Futter haben wir den Danube Fishing Method-Fieder-Mix Suite. Das ist sehr gut. Es lebt wunderbar und lockt auch die Karpfen an. Was da jetzt genau drinnen ist, weiß ich jetzt nicht. Aber er funktioniert. Also die Köder und das Method-Fieder-Futter oder noch weitere Pallets usw. könnt ihr dann bei Danube Fishing auf der Shop-Seite bestellen. Circa Mitte August, Ende August wird der Online-Shop fertig sein. Und dann könnt ihr genug Fischer-Zeugs kaufen über den Online-Shop. Es sind viele selbstgemachte Köder. Und wie man sieht, funktionieren die echt top. Am 31. sehen wir uns dann wieder auf die Pitch. Weil da kommt der Engler raus. Da werde ich wieder öfter streamen. Ich versuche ein paar Real-Life Fischer-Videos hochzubekommen auf YouTube. Und sonst folgt mir auf TikTok. Da haue ich die meisten Videos rein. Oder meine Shorts bezüglich Angeln. Da habe ich jetzt auch mittlerweile einige reingegeben. Und ja, das war es auch schon. Dann wünsche ich euch ein dickes, fettes Petri Heil. Und bleibt geil. Ciao, ciao.